So Kinders, ich habe mir gedacht, weil ich ja sowieso gerade schon mal schön am Start war, oh, dieses Geflimmer, ne, ähm, ja, Einsatzende wäre schön gewesen. Habe ich mir gedacht, ich mache gleich mal mit Lex dem zweiten weiter. Wenn ich denn schon mal hier bin, muss ich das quasi auch nutzen. Und dementsprechend würde ich sagen, gucken wir einfach mal rein, was der Kleine so macht. Und wie wir es erwartet haben, steht er noch an genau der gleichen Stelle wie beim letzten Mal. Das Geflimmer finde ich ziemlich ekelig, aber, naja, ist dann halt immer so, gell? Ähm, was habe ich beim letzten Mal gemacht? Ich bin Lehrling geworden. Das letzte Mal ist bei mir fünf Minuten her und ich weiß es schon nicht mehr. Ich bin Lehrling geworden. Und ich müsste jetzt machen, Attacke, benutze zehnmal Eifer, mit X gedrückt halten. Besorge einen Pinien-Scheit auf der Schneespitze, in der westlichen Grasebene und anderswo. Besorge fünf Pinien-Scheite, besorge zehn Pinien-Scheite. Das ist, denke ich mal, überschaubar. Einen Edel-Pinien-Scheit, einer Pinie oder einer großen Pinie. Drei Edel-Pinien-Scheite und eine große Pinie auf der Schneespitze. Und als Holzfäller. Das habe ich damals immer verrafft. Ich dachte mir nur, warum kriege ich denn jetzt nicht den Bonus irgendwie, als ich dann so mehrere Leben parallel hatte. Weil ich nämlich immer das Ding quasi gefällt habe, als ich mit irgendeinem anderen Leben unterwegs war und das abgegeben habe und irgendwie nie das Ding dafür gekriegt habe. Weil man kann nicht, falls ihr es noch nicht wissen solltet, wenn man in einem anderen Leben unterwegs ist, beispielsweise ich wäre jetzt Schmied, Hätte aber vorher schon eine Holzfälle erlernt, könnte ich quasi trotzdem Holz fällen und ich könnte auch, so diese Sammeldinger, könnte ich quasi trotzdem nebenbei einheimsen. Und das Holzfällen würde auch im Skill gesteigert, wenn auch nicht so effektiv, wie wenn man das Leben tatsächlich gerade gewählt hat und ausführt. Aber dennoch funktioniert es, beziehungsweise auch das Holzfälle an sich wäre da nicht so effektiv, weil jedes Leben bringt da so ein paar Grundboni mit sich. Aber bevor ich mich hier jetzt noch fest labere, ich muss als Holzfäller dann die Beute einstreichen. So, und was noch? 50 Bäume fällen. Ich wollte mich veräppeln. Okay, da stand jetzt nicht dran, wie viel ich schon gemacht habe, oder? Stand das da dran? Ja, ich weiß, ich war gerade eben erst hier. Ich hätte es mir auch da merken können oder drauf. So, 50 Bäume fällen. Doch, 17 von 50 habe ich schon. Das heißt, ich mache das, was ich sonst auch immer tue. Ich erlege unterwegs jeden Baum, der mir so in die Quere kommt, der zum Fällen geeignet ist. Das ist so ein Ding, das habe ich in WoW auch gemacht. Ich habe auch jeden Gegner mitgenommen, auch wenn ich ihn gar nicht brauchte. Ich wurde damals gefragt, warum machst du das? Ja, ich habe keine Angst vor Erfahrungspunkten. Ich levele halt. Ich wusste damals noch nicht, dass quasi die Erfahrungspunkte so reich gesät sind, dass man das auch ohne die Gegner ziemlich schnell hinkriegt. Ich habe mich auch immer an allem festgebissen. Und, also ich habe angefangen, WoW zu spielen, keine Ahnung, ich glaube, drei Jahre nach Release oder so. Schätze ich mal. Da waren alle schon irgendwie am Twinken, weil ihnen ihre Level 60 Charaktere zu langweilig wurden. Dann kam die Erweiterung. Wie hieß denn die Erweiterung? Ich komme gerade nicht drauf. Burning Crusade kam noch was. Das ist eine dreiste Sau. Jetzt setze ich diese Obstfliege mitten auf meinen 3DS. Dann kam Burning Crusade raus und ich habe trotzdem noch zwei Jahre weiter in der alten Welt quasi herumgedoktert, weil ich es so sehr geliebt habe und alles erfahren wollte. Aber, naja, auf jeden Fall habe ich dabei dann festgestellt, dass es doch genug Quests gibt, um mit den Erfahrungspunkten dann auch super zu leveln. Und geboren wurde dieses Ganze, dieser ganze Zwang, mehr oder weniger bei Secret of Mana. Denn es war bei Secret of Mana, damals auf dem Super Nintendo, war es teilweise doch tatsächlich einfach ziemlich schwierig, überhaupt voranzukommen, wenn man nicht nebenbei einfach so noch irgendwie die Waffen und die Level irgendwie geskillt hat. Es war unmöglich nicht, aber es hat definitiv keine Freude gemacht und man hat die Sachen teilweise so oft machen müssen, dass man von sich aus quasi ums Leveln gar nicht drum herum kam. Und man konnte auch nicht an den Gegnern einfach so vorbei. Musste man einfach mitnehmen. Ich wollte gar nicht hier hin. Ich muss gar nicht in den Urfaust. Ich muss zur Schneespitze oder in die westliche Grasebene, um Pinien zu packen. Und weil ich Schnee so sehr liebe, gehe ich auf die Schneespitze, auch wenn ich nicht direkt auf der Schneespitze selbst oben auf dem verschneiten Gipfel quasi das erledigen muss. Hör auf zu flimmern, böse Kamera. Gehe ich trotzdem dorthin. Ich mag Berge irgendwie. Obwohl ich mich seit längerem sehr nach meinem flachen Norddeutschland sehne. Gut, ich bin Hannoveraner. Die sind eigentlich mehr oder weniger nur der Norden von der Mitte von Deutschland. Aber, ähm, Ne, ich vermisse meinen flachen Norden einfach. Habe ich sehr stark festgestellt, als ich vor einigen Jahren an der Nordsee im Urlaub war. Und als ich auch letztes Jahr auf Sylt war. Und wir sind da mit dem Zug hingefahren. Und die Zugfahrt dorthin durch das platte Land war einfach so schön. Einfach nichts zu sehen weit und breit an Bergen. Den Blick geradeaus in die Unendlichkeit gerichtet. Verlor sich in der diesigen Luft am Horizont ohne irgendetwas dazwischen. Das finde ich echt geil. Also, ich mag Berge. Aber flach ist mir das Lied. Ja, man könnte auch von Romantik sprechen. So, hier ist meine erste Pinie. Und die haben wir mit einem Schlag gefällt. Ihr Gockels. Ihr habt jetzt mal ausgegockelt. Hey. Habt mich lieb. Ein kuscheliger kleiner Holzfäller. Diese Riesentannen hier links und rechts. Die hätte ich auch immer gerne gefällt. Aber die sind leider nicht zum Fällen da, sondern nur zum Gutaussehen. Also haben wir Zuckerhüte links und rechts des Weges auf... ...des Weges in Richtung Super-Mega-Meister-Gott-Holzfäller stehen. So, was gibt es ansonsten noch zu sagen über meine Erkenntnisse aus den Lunaris-Sagen? Ähm, man kann die Welt, die folgen wird, nämlich die Origin-Island, erst betreten, wenn man Level 100 ist. Zumindest diese Level-100-Grenze oder sowas gibt es in vielen Dingen. Und darum würde ich einfach mal vermuten, dass man erst auf die Ursprungsinsel kann, wenn man Level 100 ist. Denn, nach Sage von Lunaris Finale, ähm, ging es für mich quasi nicht weiter. Kann man nicht anders sagen. Pech gehabt. Da war dann Ende im Geländeschluss für heute, Leute. Es kam nicht... Ähm, Sage von Lunaris... ...Epilog... ...oder Epilog 1, oder wie auch immer das heißt, wo es mich dann quasi auf die Ursprungsinsel führt. Sondern es kam einfach nichts weiter. Es war stillschweigend geduldet, das vorbei. So, hier ist eine Beutehändlerin. Da schnapp ich mir dann den nächsten Erfolg. Und jetzt will ich mir versuchen... ...will ich mir versuchen. Mensch! Was für ein geniales Deutsch ich doch sprechen kann. Und ich habe immer noch keine Ahnung, vermaledeit, woran es liegt. Jetzt ist es nur schwierig für mich, den Faden wieder zurückzufinden zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Tja. Wenn ihr ich gewesen wäre, was hättet ihr sagen wollen? Von allem. Also redet er quasi sinnlos weiter. Und er redet 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 und er liest mir etwas vor. Und wann er redet, wann er redet, wann er redet, wann er redet, wann er redet... ...wann er redet... ...wann er redet... ...und wenn er das tut, stellt ihr fest, dort steht noch eine Schatztruhe. Übrigens dieses mit L&R Kamera drehen... Oh, eine Lebensgenesung! 1500 Gulden gespare! Dieses L&R Kamera drehen, das ist, glaube ich, so ein Level 5 Ding. Ähm, ist mir nämlich dann aufgefallen, als ich mal, auch übrigens ein sehr geiles Spiel, ähm, Inazuma Eleven gespielt habe, ist mir dann tatsächlich aufgefallen, so mal versehentlich wieder irgendwie am L- oder R-Knopf hängen geblieben, wie mir das immer so passiert, mir alten Trottel, und festgestellt, Mensch, dadurch kann man ja die Kamera auch drehen, hier sogar schon! Und das Spiel ist irgendwie, was weiß ich, 5 oder 10 Jahre älter als, ne, nicht ganz 5 wahrscheinlich, 5 Jahre älter als, als Fantasy Life, und da hat Level 5 sich quasi das schon so ausgedacht. Finde ich, äh, ein non-relevant Fact, aber irgendwie witzig. Ne, witzig auch nicht. Ich find's einfach. Ich hab gedacht, hä, jetzt wisst ihr das auch. Ihr wolltet das wahrscheinlich gar nicht wissen. Ähm, ich weiß immer noch nicht so genau, was ich hier jetzt eigentlich gerade tue. Ja, 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 ja. Den brauchen wir. Danke. Die Ladies können da halt doch schon so ein bisschen was. Ne? Ähm, ich hab dennoch vergessen, was ich eigentlich hier wollte. Vielleicht fällt's euch ja gleich wieder ein. Achso, und apropos, äh, ich wollte aufhören, jetzt irgendwie immer hier zu heidern und so, ne, und mich im Glanze anderer zu sonnen und, irgendwie versuchen, Clickbaits einzuheimsen. Obwohl ich das eigentlich auch nicht so okay finde. Ähm, ich habe nicht nur 10 oder 12 Euro oder sowas in dieses Stativ investiert, sondern bei dem Livestream vom High Dime. Man konnte ihn unterstützen, ich hab keine Ahnung wofür. Ich hab den Anfang nicht mitgekriegt. Und es wurde, ehrlich gesagt, auch nach einer Stunde ziemlich schleppend. Ich hab ihn dennoch mit 5,55 Euro unterstützt. Wie das ausgesehen hat, erfahrt ihr jetzt. Das ist mir immer wieder die Momente. Dankeschön. Ähm, das ist sehr lieb. Mr. Kanoa, 55. Ey, vielen Dank für die Stunde des herzhaften Lachens, aber auch der Bildung. Dankeschön. Für viele Stunden, nicht die Stunde. Ja. Dankeschön. Er hat meinen Namen aufgesprochen. Er liebt mich. Und warum ich das getan habe, war tatsächlich auch wieder so ein Ding wie von wegen, beachte mich. Und als ich mir das dann gestern aufnahm, hab ich noch gedacht so, hehe. Nein, anders. Als ich darauf wartete, dass er am Ende diejenigen vorliest, die ihn unterstützt haben im Laufe dieses Videos, hab ich gedacht, ey, du bist ganz schön armselig, dass du sowas versuchst. Dementsprechend hab ich es dann natürlich dennoch aufgenommen, hab mich dann aber beim Darauf Warten dazu entschlossen, dazu zu stehen, es euch jetzt gezeigt zu haben und dann damit jetzt echt aufzuhören. Ich bin halt nur das, was ich bin und damit bin ich jetzt auch mal zufrieden, weil dieses Gespeichellecke nur, um beachtet zu werden oder sowas, das finde ich heinlich und kleinlich. Also, das ist nix. Dennoch, er hat meinen Namen gesorgt. Er hat meinen Namen gesorgt. Und wenn man das jetzt mal aufsumme, jetzt 5,55 für den Haider plus, ich habe noch die Überweisungsgebühren per PayPal quasi für ihn übernommen, um herauf zu flimmern. Äh, waren es quasi irgendwie 6 Euro oder sowas, Pinienplage. Edelpinienschäferner, großen Pinien. Mim, 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 mim. Äh, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, ich habe die paar Cent Überweisungskosten PayPal für ihn übernommen, das macht dann 5,97 Euro, das hier Ding. Hier waren, glaube ich, 12 Euro oder sowas, macht 18 Euro. Und an dieser Stelle flitze ich jetzt mal kurz los. Zeit für einen kleinen Schnitt für euch. Ich hole mir noch kurz vorher die paar Gulden. So. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Wait. So, und zurück aus dem Schnitt wollte ich eigentlich nur sagen, das war quasi mein Tastgeld für diesen Monat und jetzt folgt ein weiteres Non-Legendary-Unboxing, denn ich habe beim eBay-Hitman-Breaders-Vertrauns vom Geld jemand anderes von dem Geld von jemand anderem. Es ist dann vom Geld jemand anderes jemand anderem's Geld. Jemand anderes Geld. Die Deutsch-Studenten unter euch können mir da sicherlich weiterhelfen. Toll, jetzt habe ich es extra aufgeschnitten und kriege es doch nicht auf, dann machen wir es kaputt. Ist mir wurscht. Ist mir eigentlich nicht wurscht, ich finde das immer doof, aber gut, machen wir es jetzt. Vom Geld von jemand anderem habe ich quasi dieses Ding für den Dreigeld-Tast geholt, unten dieses Dings für unten druck, willst du? Weil mich hat quasi bei YouTube einer angeschrieben, hey, ich habe da einen defekten 3DS von meiner Tochter, kannst du den vielleicht reparieren? Habe ich gesagt, jo, das und das und so und so. Somit werde ich das Ding reparieren. Er hat vorab schon bezahlt. Ich habe ihm dafür dann das Ersatzteil geholt. Das ist schon seit Samstag da. Der 3DS-Tin, der mir zuschicken will, noch nicht. Aber von dem kleinen Taschengeld, was ich mir dafür genommen habe, genommen werden habe, Terminus Maximus, habe ich jetzt quasi 5 Euro, 6 Euro in den Haider investiert. Kleiner fieser Drecksnipp. Weißt es zu schätzen. Und 12 Euro in ein Stativ, was nicht so geil ist. Interessiert euch nicht so. Das ist ja nicht mehr ein Funfact. Das ist so ein Dumpf am Rande. So. Hier unten gibt es keine Bäumchen, wie ich sehe. Keine Möglichkeit, an den Edelkinienscheiß zu kommen. Für mich kommt jetzt da quasi der Moment, wo ich überlegen muss. Jetzt weiß ich auch, was ich vor etwa 10 Minuten sagen wollte. Ich wollte sagen, ich höre jetzt auf zu reden und schneide mich nur gelegentlich mal wieder rein, wenn ich dann doch mal ein Bäumchen finde, was ich fände. Damit das Video nicht so endlos lang wird. Und bereits jetzt sind es 15 Minuten Aufnahmezeit. Also wieder doch ein endlos langes Video. Wunderbar. Jetzt aber tatsächlich, ich halte jetzt die Backen. In der Abenddämmerung im Spiel fängt meine Kamera wieder an zu flimmern. Das ist blöd. Warum machst du das? Weil ich 60 Hertz eingeschaltet habe. Wenn ich weniger mache, ist es besser. Es hängt übrigens irgendwie mit dem Licht zusammen. So mit den Lichtquellen oder sowas. Bei 50 Hertz war es teilweise noch schlimmer. Falls euch das interessiert. Ist nur so ein Ding am Rande. Wenn das Licht von normalen Glühbirnen mit 230 Volt aus der Steckdose getrieben wird. Das hat so im Normalfall hat diese Wechselspannung auch ungefähr 50 Hertz. Was dann natürlich auch gelegentlich irgendwie in Diskrepanzen mit der Herzzahl von aufgenommenen Bildern zu tun haben kann. Übrigens ist das auch der Grund, warum, wenn man früher auf Röhrenfernsehern ja, wenn man Röhrenfernseher quasi mit der Kamera abgefilmt hat oder sowas mit einer ganz normalen Kamera mit Videokamera also mit Kinokameras ging das aus irgendeinem Grund, der mir gerade nicht so ganz mitgeläufig ist, weil ich die Technologie die dahinter nicht im Kopf habe. Einfach, die haben halt mehr Bilder aufgenommen pro Sekunde. Aber wenn man so mit einer Videokamera oder sowas irgendwie den Fernseher an sich auf abgefilmt hat, hat es ja immer sehr extrem geflimmert. Man sagt teilweise nur irgendwelche Haltbilder oder Streifen oder sowas. Liegt einfach daran, an der, zum einen an der Herzzahl, mit der die Bildröhren, die Leuchtpunkte auf der Bildröhre quasi mit Elektronen beschossen wurden. Jetzt haben wir hier noch sogar noch Physik- und Elektrounterricht. Zum anderen aber auch deshalb, weil die Schließzeiten von den Kameras, um die Bilder aufzunehmen, deutlich kürzer sind als unser menschliches, verwaschenes und doch für uns angenehm agierendes Auge. Ich habe den Satzanfang vergessen. Ganz einfach, die Belichtungszeit von den Filmen hat halt einfach dafür gesorgt, okay, also die Elektronen schießen auf die Bildröhre, diese Lichtpunkte leuchten auf für den Bruchteil einer Sekunde und verblassen danach aber wieder sehr schnell. Die Kamera hat schnell genug das Bild gemacht, damit man das erkennen konnte, quasi ungewollt. Das menschliche Auge sorgt aber dafür, dass zwischen den einzelnen aufgenommenen Lichtreflexen, quasi irgendwie umgewandelten Lichtreflexen, ein fließendes Bild entsteht. Das wisst ihr sicherlich schon. Ihr habt da mindestens alle Biologie oder Sendung mit der Maus verfolgt. Und darum können wir das quasi nicht, diesen Unterschied zwischen den einzelnen, wieder verblassenen Lichtpunkten nicht wirklich erkennen. Die Kamera konnte das, darum gab es immer früher viel Flimmern auf dem Fernseher. Jetzt halte ich tatsächlich die Backen, mache mich auf die Suche nach einer Edelpinie. Vermutlich gibt es sie nämlich auch, wie es in der Quest steht, eventuell in der westlichen Grasebene. Da mache ich mich jetzt auf den Weg hin. Die finde ich aber nicht so hübsch. Die werden auch relativ weitläufig und damals wow, krass. Aber egal, ich mache mich auf die Suche. Suche auch noch weitere Bäume, damit ich tatsächlich mal die 50 Stück zusammengefällt bekomme. Halte jetzt die Klappe, die Pinienplage nämlich und die Pinienpolka und was? Drei Edelpinien-Scheite. Wollt ihr mich veräppeln? Oh, Zimmer! Entschuldigung. Ich brauche noch 20 Bäume und drei Edelpinien-Scheite. Scheite übrigens mit SZ. Es ist beweiskräftig dokumentiert. Ich bin jetzt hier mindestens drei Minuten sinnlos in der westlichen Grasebene rumgerannt, um endlich mal ein Bäumchen zu finden. Es ist sogar tatsächlich eine Pinie, was mir jetzt aber auch angibt, nicht so richtig viel weiterbringt, weil es garantiert kein Edelpinien-Scheit dafür geben wird. Von einer Pinien-Nüsse. Oh! Nicht einmal Scheite gibt es. Nicht einmal normale Scheite. Und während ihr nun fleißig nicht warten musstet, weil ich instant quasi die nächste Aufnahme machen kann, weil ich irgendwie nach zehn Minuten dann doch endlich mal eine Pinie gefunden hatte, kann ich quasi gar nicht sagen, wie sehr es mich nervt, dass es in der gesamten westlichen Grasebene gerade mal zwei Pinie zu finden gab. Das ist unfassbar. Aber eigentlich wollte ich auch noch einen Satz zu dieser ganzen Geschichte mit den Bildröhren fern, sehr schrägstrich. Früher waren die Bildschirme ja auch noch aus Röhren hergestellt. Nachschieben. Während mir der Akku meine Telefon mithalt, dass er nur noch 9% hat. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich Elektronen waren. Ich glaube, es waren tatsächlich Elektronen, die da auf die Bildröhre geschossen wurden. Aber für den Fall, dass ihr tatsächlich nicht so genau wisst, wie das vonstatten ging, kann man dazu quasi noch sagen, warum dieses Flimmer dann immer von oben nach unten durchlief, ist einfach, dass irgendwie aus irgendeinem Grund die Wicklungen, die hinten am Ende der Bildröhre quasi dick und fett ausgeführt gewesen sind, durch wechselnde anliegende Spannungen quasi dafür gesorgt haben, dass die ich nenne sie weiterhin Elektronen, die auf die Bildröhre, auf die Bildfläche, auf die Leuchtfläche geschossen wurden, quasi permanent umgelenkt wurden. Und immer von oben nach unten, dann nächste, dann nächste, dann nächste. Was quasi bedeutet, pro leuchtenden Bildpunkt nur ein Elektron, bitte. Wenn ihr so ein bisschen aufgefasst habt in Physik, was ich nicht getan habe damals, bedeutet das, dass diese ganze Umgerichte von der Abstrahlung, von dem Abstrahlwinkel, von der Abstrahlposition dieser kleinen elektronischen Teilchen, meines Erachtens ja tatsächlich so im Nanosekundenbruchteil irgendwo gelegen haben muss oder sowas. Also von daher, Hut ab an diejenigen, die sich das überlegt haben, dass es so gut funktionierte. In ganz früher und danach. Und während ich mich hier quasi ordentlich auf die Mütze geben lasse, habe ich im Hintergrund quasi eine große Pinie gesehen, die gerne mich beschenken würde mit irgendetwas in einer Beutekiste. Keine Ahnung, warum sie vorhin nicht da war oder ob ich einfach darauf vorbeigelaufen bin, weil ich hier nur Fische gesehen habe. Aber hier ist endlich mal eine große Pinie, das muss doch mal was hergeben. Zackig. Ich mache mir nämlich echt ein bisschen bang um meinen Akku. Das ist wieder blöd. Ich habe im Vorfeld noch darüber nachgedacht, habe gedacht, naja, für ein Video wird es reichen. Und was macht er? Er macht zwei Videos. Ganz toll. Und er labert die ganze Zeit, das heißt, er muss die ganze Zeit aufnehmen. Was auch wieder essend ist. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Pinien. Ist auch übrigens essen zu schneiden. Und ich kann euch nicht mal sagen, wann euch dieses Video ungefähr erreichen wird, denn das hätte ich im letzten Video machen müssen. Sagen müssen, das nächste Video dauert länger, weil ich werde mich verlabern, verhaspeln. Und noch während ich mein dusseliges, unqualifiziertes Gelaber Freihaus an euch versandte, brach die Aufnahme ab wegen der magischen Unterschreitung der noch viel magischeren Hör auf zu flimmern. Vier Prozent Grenze des Akkus Und dieser dusselige Penner hier, der zerboxt mir meine Beutekiste. Oh Mann! Ich könnte ihn töten, wenn er nicht schon tot wäre. Oh, Timmy! Ich mag jetzt weinen. Das ist der Fail, der mein Leben ist. Immer wieder der gleiche schöneste Mann! Na toll, 100.000 Gulden verdient. Könnte mich ärgern. Könnte mir ins Bein beißen. Das Ding da sagt, es hat noch Halb-Akku voll, das ist ja immerhin schon mal gut, aber ich weiß nicht, wie lange das hier alles noch durchhält mit meiner ganzen Technik, bis die SD-Karten voll sind. Boah, wie ich mich ärgere. Gehe jetzt heim und penne. Habe ich jetzt davon. Aber unterwegs zum Pennen habe ich natürlich noch immer genug Zeit für den einen oder anderen Baum. Und ich ärgere mich so dermaßen. Ich könnte ausrasten. Ich bin sch... So, und frisch dem Gasthaus entstiegen noch zu reden. Nämlich wieder ins Werk. Und ich kann mich quasi glücklich schätzen, dass ich mein eigenes Pferd habe. Das ist der Weg wenigstens nicht so weit. Und ich ärgere mich trotzdem noch. Oh Mann! Und natürlich lasst es mir jetzt... Lass es mir wieder nicht nehmen diesen Baum hier jetzt schön ins Jenseits zu überfordern. Er kommt mir gerade recht, weil ich so wütend bin. Holzfällen hoffen, dass irgendwo hier noch eine große Pinie steht. Dann hoffe ich mal, dass sie auf Anhieb instant irgendwie der Meinung ist, komm, dir gebe ich jetzt doch mal drei Edelpinien- Schalter auf einmal. So ärgerlich. Also, nicht im Siphon, ich möchte das Ding jetzt an die Wand klatschen, aber das ist doch echt gemein. Er kommt noch auf sowas. Ja, ihr beiden dürft mich däffen. Hier steht natürlich keine große Pinie jetzt, ne? Stand auf für eine große Pinie. Warum steht die jetzt nicht mehr da? Ich kann mich ärgern. Ja, 50 Bäume gefällt. Ja, prima, das haben wir schon klar. Und obwohl ich die 50 Bäume schon voll habe, kann ich natürlich nicht davon ablassen, den jetzt auch gleich noch mitzunehmen, denn irgendwann brauche ich ja das, wie nennt sich das? Holz. Aber es gibt nur Piniennüsse. Ich habe mal gehört, Nüsse wären sehr nahrhaft. Fertig, aber nahrhaft und angeblich auch gesund. So gut. Da steht wieder die große Pinie und jetzt verboxen wir den erstmal um. Aber wenn ich eben eigentlich nur auf die Schneespitze und wieder zurück, vielleicht steht dann die Pinie wieder an. Die Pinie stand nicht, die Rose, aber er hier wieder. Der stand doll. So, ich gehe es mal auch mal bitte auf Ei. Danke für das Gespräch. Hacke, Hacke. Habe ich auch mal irgendwann gesagt, ne? Hacke, 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 Ach, egal. Ich muss ja quasi jeden Baum mitnehmen. Es gibt ja dann irgendwann so ein Ding wie von wegen Fälle insgesamt 500 Bäume oder sowas. Ich habe ja schon Erfahrung. Du legst dich jetzt in den Staub und weh, du gibst mir keinen Edel Dings oder drei. Kein Bock, Misty. Ich hole mir in der Zwischenzeit schon mal die Truhe hier. Kiste. Oh, wie ich mich ärgern könnte. Einen Edelpinionscheid. Wunderbar. Ich vermute aber leider, dass in dieser Kiste jetzt nicht zwei weitere Edelpinionscheide sein werden. Das heißt, müssen wir wieder irgendwas anderes überlegen. Übrigens, die Qualität der Scheide hängt auch von eurem Holzfäller-Skill ab. Dementsprechend. Ich bin ja eigentlich quasi selbst schuld, dass ich da jetzt nichts gekriegt habe. Wehe dir. Weil ich hätte ja auch besser im Holzfäller-Rang sein können. War ich aber nicht. Merkste, was? Bring ich's. Trink mal Affen. Zum Tier. Scharkerreis. Blöder. Der Akku ist gleich alle. Toll. Wird immer besser hier. Ein Edelpinionscheid. Das finden wir super. Finde ich ehrlich super. Ich freu mich darüber. So, da das Ding da oben gleich leer ist, mach ich mal schnell hier ein auf den. Hier krabbelt schon wieder so eine komische Fruchtflieger rum. Da haben wir noch eine Ersatzkamera. Ich hätte sogar dafür einen Ersatzakku. Hm. So, mein Freund. Und diesmal bleibst du stehen. Keine Lust und keine Zeit. So. Nur damit du beschert warst. Ja, ihr Süßen, ihr bleibt alle stehen. Ihr habt Glück. Heute ist euer Glückstag. Ich hab's nämlich eilig. Eilig, eilig. Stell dir mal vor, der Kerl hätte nicht meine letzte Kiste zertrümmert. Dann wäre ja zwangsweise in der Kiste ein Edel Pinienscheid drin gewesen. Der Kuh! So, 500 Edel Pinienscheid. Pinienscheid. Da war er. Da war er. Ich hab ihn gesehen. Hey. Ich hab ihn gesehen. Oder muss ich drei Edelpinien killen. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Drei Edelpinien-Scheite. Versteh ich nicht. Ich hab ne Kiste abgegeben. In der letzten Pinie war einer drin. Jetzt war einer drin. Es sind noch drei. Ich will doch nur schnell fertig werden bevor der Akku da alle ist. Bin mal gespannt welche Fails mir noch alle auffallen wenn ich das Ganze dann hinterher schneide. Wahrscheinlich vergessen Aufnahme zu drücken oder sowas. Oder ist D-Karte voll und ich hab's nicht gemerkt das ganze Spiel über. So. Jetzt aber. Jetzt. Pass auf. Oder muss ich sie einsammeln nach dem Holz fällen? Edelpinienscheid. Mach keinen Katsch. Verdammig. Erfluchte Naht. Für diejenigen die es noch nicht wissen was ich hier gerade mache ist so diese Bossgegner und in diesem Fall auch die Bossbäume oder sowas die tauchen nicht einfach auf wenn mal Tag und mal Nachtwechsel ist oder sie tauchen nicht auf wenn ihr aus dem Raum also quasi aus dem Territorium raus geht und wieder reingeht wie das bei normalen Gegnern so ist sondern die tauchen nur nach dem Schlafen wieder auf. Darum penn ich düstern wieder hin und so wie ich mein Glück kenne ist jetzt nichts drin in diesem Ding. Also wir haben festgestellt Beutekisten zählen nicht heißt also quasi im Umkehrschluss das ist quasi so ein Ding um sicherzustellen dass du nebenbei auch tatsächlich das Holzfällen an sich irgendwie ein bisschen weiterbringst oder dich irgendwie ausrüstest oder sowas dass du würdig bist den nächsten Abschnitt deines Lebens zu erreichen denn wie ich hab's schon gesagt die Qualität der Scheite hängt auch von deiner Qualität des Lebens ab also quasi von dem Skill den du hast der sich ja nur mit dem Level wirklich nennenswert steigern lässt dementsprechend hier steht diesmal kein Baum dementsprechend wenn mein Skill soweit fortgeschritten ist oder weit genug fortgeschritten ist gibt's auch diese Edelscheite häufiger nennenswert häufiger ich wüsste jetzt nur nicht wie viel ich dazu nennen hätte aber nennenswert häufiger der Akku zeigt rot ich muss mich beeilen weniger labern dementsprechend hätte ich jetzt deutlich mehr Skill wäre das Ganze schneller abgefrühstückt dann hätte ich vielleicht sogar zwei Edelscheite drin aber da es hier um Auslese geht kurz zurück irgendwo in die Mitte des Satzes den ich eben gesagt habe hätte ich mehr Skill könnte ich wahrscheinlich auch von den normalen Pinien gelegentlich Edelpinien-Scheite holen aber egal bleib wo du bist ich hab keine Zeit für dich Mietz Mietz ja ich weiß ihr habt keine Zeit ich hab keine Zeit wir haben alle keine Zeit nein jetzt sag mir bloß noch ich bin am Eingang von dem von der scheiß Schneespitze hat man vorbeigelaufen soll ich hier brechen oder was da war ein Edelpin ich lach mir ein Ei so soviel dann zum Thema Skill Karte Meister ja hin gleich ist der Akku voll ich bin auch gleich leer so danke fürs Gespräch komm Hajo ich will plaudern bevor der Dings vorbei ist sich überrichten und zwar bin ich der König der Holzfäller im letzten Video hab ich noch aus Reflex ein Bild von meinem nächsten Lebensrang gemacht das werde ich jetzt nicht machen doch werde ich auch wieder machen mal gucken vielleicht benutze ich das als Thumbnail oder was würde ja irgendwie passen zum Thema ne von daher neuer Rang ich bin Geselle in diesem Sinne bis zum nächsten Mal vielleicht bin ich dann klüger tschüss oh was könnte ich mich ärgern Timme ja ich weiß Heilhacker Hacker 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 Häuslebau Hacker Hacker so ich gehe jetzt speichern dann ist tschüss das speichern guckt euch nicht mehr an da es ja mit steigender Anzahl der Videos auch einfacher wird das Ganze irgendwie sinnvoll ist ja nicht so dass ich ein Video für jedes einzelne dieser Videosequenzen die Latenz ausbilden muss und bei dieser Videolänge ist es auch nicht innerhalb von einer dreiviertelstunde geschafft das Video zu konvertieren und dann mal schnell zu gucken nein ich muss es immer über 15 Stunden konvertieren und dann schubsen das Video kriegt also erst in drei Wochen mhm war ich dann 11 Stunden 20 schein Level Up habe ich auch noch gehabt ich gehe jetzt nicht spit fliegste nerde Merlo Heider Out Leben Bild Jet Leben Virgin van earth puede music Suk van wegen ritos 夫 unky HS